Oh ja! Boah, bin ich noch müde. Naja, es ist schon Zeit zum Aufstehen. Die anderen schlafen alle noch. Jetzt erst mal aus den Federn. Oh, ich muss hier leise sein, sonst wachen die anderen noch auf. Jetzt geh ich erst mal runter und schau ein bisschen Fernsehen. Jetzt erst mal schön Swanspok schauen. Jus, es müsste ja auch jeden Moment kommen. Hallo, Johanna. Jetzt muss ich schon wieder aufstehen. Hallo, Kinder. Guten Morgen. Kommt alle mit in die Küche. Erst mal frühstücken. Guten Appetit. Das war aber lecker. Ich darf das Programm bestimmen. Nein, ich bin zuerst da. Oh, hallo, ihr beiden. Hallo, mein Kleiner. Kommt, lasst uns spielen. Ich bin schon so alt. Langsam wird es aber schon voll schwer. Ach, wir kommen immer so schlecht hoch. Und merkt man wörtlich, dass wir älter werden. Tschüss, meine Süße. Wir müssen leider noch einkaufen gehen. Wir müssen leider noch einkaufen gehen. Ach, ach, ach. Wir müssen leider noch einkaufen gehen.